Musik Ahhhh 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 Fliegt man ein bisschen über die Stadt oder so? Vielleicht kann ich ja jemanden abballern hier aus dem Auto Ohhhhh Ich hab jetzt keine Zeit um die Autos zu bringen, verdammte Scheiße Unter uns sind sie alle Oh oh Kann ich dich einfach haken werden? Wieso? Ich trage gerade da oben Also wie du den rausholst den Haken? Ist das auf G oder auf E? Ohhhhhhh AHHHHH Äh Wie kann ich den Fall schon ausrüsten? Du hast doch bestimmt schon einen Ja aber wie kann ich den ausrüsten? Einfach springen Spring? Achso dann rüstet er den von alleine aus Ich denke doch Du denkst Ja geh schon immer wenn du irgendwo runterspringst Äh Okay Schnall dich an Oh das ist aber hoch Ah Achso das ist ne Leiter Okay Springe ich jetzt hier runter Geronimo Yeah Ja Ja Uhuuu Wie Assassin's Creed hier ey Von Dach zu Dach Das ist aber kein mehr oder? Sniper ich hier alle weg Hast du glaube ich keinen Fall schon mehr? Ne jetzt habe ich keinen mehr Na? Wo hat er sich verkämmt? Ja Wir haben uns Ja Ich hab ja jemanden auszumachen Ja Trüben müsste irgendwo einer sind Ah ja Ich hab mich getroffen Das war ein Shot Das hab ich aufgenommen Hab ich jetzt ehrlich gesagt nicht mit gerechnet Da fährt er War das zu schnell Hast du die große Sniper? Ja, Level 21 Ich hab das hingeflogen oder so Bist du? Ja Ich weiß nicht, ob man hier Wie der sieht er nachhalten muss Oder muss man einfach auf das Autopunkt genau drauf schießen Ich hab wieder einen getroffen Wohin getroffen, aber der lebt nicht Was im Auto Ja, die lecken ganz schön rum Polizei ohne Ende, ey Na, ein Stern Oh ja Ich mach mal hier ran mit Oh, es kommt der Hufschrauber, oder? Na, komm Komm noch höher Wenn der hier landen würde, dann könnte man den sich holen Du musst höher, da scheiß Heli Ne, ich muss Munition sparen, ey Ich tu den jetzt nie mit der Rakete Das war nichts Du musst auch zielen, ne? Gedrückt halten, bis es rot ist Der erste ging auf jeden Fall sonst wohin Ich hab warten, bis es rot ist Oh, was geht da unten ab, Alter? Wieso denn? Oh, gerade jetzt muss ich pinkeln Ne Sollen wir alle herkommen? Der ist hier unten Ich lande mal auf dem, auf dem anderen Hochhaus, oder? Ja, daneben Ach das Erstmal an die Steuerung gewöhnen hier Was war das denn? Hat mich gerade in der Anvisiert? Hat ganz kurz so gepiept Stimmt, musst du aufpassen, ey Naja, ist ja gerade so Oh, der unten ist ja ein roter Komm schon, komm schon Warte hin Er rennt, scheiße Oh ja, wo ist denn der roter? Könnt ich mir den irgendwie holen? Oh ne Bring ich jetzt hier runter, wenn ich hier troffe? Oh Nein, dass der unten irgendwo ist Unter der roter Ich hab ihn Sehr gut Yeah Wird auf mich gesnipet? Ob wir müssen irgendwas eingeschlagen Achso, sehr gut Nein, sehr gut Das ist ja noch mit dem Flugzeug Echt? Ja, da Liegt da rum Und da hochhaus ist Bist du weit weg? Ja, jetzt Scheiße, jetzt ruf mich Läster an Oh ja, da oben ist er Oh, da kommt Kamikaze-Style Scheiße Oh ne, ein Kohl getroffen Die sind down, die sind down Oh, geil Weil ich wollte gerade drücken Der ruf mich Läster an, ey Aber fett So, sind die Beden Da fahren sie Los Potos So, wir sind die nächsten hier Ich wusste nie, wie das mit der Polizei ist Oh ja Geil Ich hab den Piloten Ach cool, bei mir sind die Sterne Oh, hier sind die ersten Leute Hier sind Leute Hier sind Leute Da hab ich sogar getroffen Aber es war nur ein Passant, war das Oh, hier läuft er noch Scheiße Wo seid ihr Freunde? Da ist einer Jawohl, ich bin jetzt hier auf der Klimalagerung Ist er? Ich bin raus aus der Sitzung Ja, scheiße, ich auch Warum? Nein Warte mal, ich suche mal eine neue Da kannst du mir dann joinen oder so Okay Ach, das verstehe ich immer nie Hauen die uns dann irgendwie raus oder so Das weiß ich auch nicht Geht das? Das habe ich öfter schon gehabt Das ist immer Gut, wir waren Nee, ich glaube nicht Dass sie uns raushauen Warum kann man eigentlich Ich kann nicht ranzoomen mit dem Teil Jetzt müssen wir bestimmt auch noch Kurven erweiterten Zoom oder so Ja, du hast ja das Normale Da ging das bei mir auch Ja, dieses Kack-Sniper-Gewehr Ich habe das ab Level 21 und habe Das ist noch ein großes Visier darauf gemacht Oh Wollte ich eigentlich nicht hier, aber ich will eigentlich So, ich bin wieder im Bett Super Boah Wo geht's nicht? Naja Da ich jetzt eh gleich nicht mal hier oben bin Oh, da hat er Kopfgeld Nee, hier will ich ja nicht runterspringen Oh, oh, oh Aua Hey, ich bin Ezio-Auditore Differenze Hier, ich Waa Neeeeeeeeeeen WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR